Ich hoffe, dass ich mich heute nicht so oft verspreche. Läuft das schon? Geht's schon los? Auf der Höhe der sogenannten Bettelbrücke bemerkte er einen großen Wolf. Das Raubtier würde auf dem Feldmäuse fangen, meldet der Mann der Polizei. Als die Beamten vor Ort ankommen, pumpte sich da mal ein Falzbox. Oh ne! Nein! Komm her, Pui! Wenn nicht tun wir sie da rein, dann gucken sie da raus. Oh ho 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 ho! Und in dem Motto, Menschen kommen sich näher mit dem EGRO-Net-Ticket durch das Vierländereck, Sachsen, Bayern, Böhmen und Thüringen. Und ehe ich hier zum Boden geknutscht wäre, tschüss und viel Spaß beim Programm. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, deine Hand. Bei der Martin hat es immer mit einem Klick gemacht, weil wir immer alleine waren. Das Berner Oberland, die Prienzer Rohkostbahn. Die Prienzer Rohkostbahn! Das war falsch! Ja, die heißt Rohkostbahn! Das bringt mich um! Auch nicht schön. Auch nicht schön. Prienzer Rohkostbahn! Ich war auch geholpert. Zu lange reingeguckt und nicht alles gewusst. Jetzt ist aber Schluss hier. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle die, die in der AOK versichert sind. Und das sind... Da kam eine Flieger drüber geflogen. Ja, die ist... Hab ich auch gesehen. Eine Spinne war das. Es ist jetzt nicht mehr lustig, oder? Es kommt aus Amerika und ich auch. Ist das nicht gut, wenn man das nur einmal in der Woche macht? Ich muss das jetzt mal so sagen. Normalerweise ist es immer Montag. Aber es ist halt immer so, ne? Bitte noch einmal. Test, test, test. Ich versuche halt noch anzugehen. Antonio! Die fragen immer auf jeden Fall. Und dann tue ich ja nicht so viel öfter... Antonio! Ich gehe ja nicht bloß aufs Gesicht. Ich bin nervös. Jetzt kriege ich Musik auch nicht mehr. Steffi, das kannst du aufnehmen. Die Fliegenfänger vom VHF. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Niedrig. Nennst du Papa? Ich krabbelt's. Mich krabbelt's. Warte mal. Jetzt ist gut. Ich seh dich nicht, Hans. Du musst rufen. Ich seh dich nicht. Lesebrillen, Sonnenbrillen, Skibrillen, Sonnenbrillen. Was? Ich seh dich nicht. Skibrillen, Sonnenbrillen. Ich seh dich nicht. Für fast jede Lebenssituation gibt es die passende Brille. Brille, Brille, Brille. Du musst rufen. Können wir das nicht einmal mit Brille weglassen? Gut. Gut. Das ist dein Wille mit der Brille. So, jetzt haben wir hier die Veranstalter. Wir sind in Mogenröte Rautenkranz in den ersten Waldmeisterschaften, Rodelmeisterschaften, Waldgebiets, Weltmeisterschaften im Rodeln. Waldgebiets, Rodelmeisterschaften. Wie erfahren Sie eigentlich, was im Vogtland und dem Rest der Welt so alles passiert? Im Moment über das Fernsehen. Hä? Grrrr. Jumbo. Hä? Jumbo Morning. Was schon wieder? Una Matata. Das gibt mir heute aber sehr Atemrecht. Bole, Bole, Bole. Richtig mich ja nicht auf, Frau Brück. Jumbo. Jumbo Kenia. Shadow on the road. Halt die Klappe. Shadow on the road. Ich gehe heim. Ja, meine Schia. Das geht nicht hier. Guck mal hier. Pieps, pieps, pieps. Wie dusselig stellt man sich denn an? Es ist doch gar nicht so schwer. Oh. Next time you will be in the A. In the A World Cup in Oberhof. In Obersdorf. Now there are the... There are the... There are the... Here's the B World Cup. Here's the B Cup. And in Obersdorf there are the... Scheiße. Entschuldigung. Scheibenkleister. Ich bin einmal gestürzt im Kinderzimmer. Da habe ich Staubgewicht auf dem Hockerhans. Und da bin ich so dumm gefallen. Hätte ich eigentlich sterben können, ne? Aufs Steißbein. Und da ist irgendwas schief zusammengewachsen. Ihr seid doch bescheuert. Sag's doch. Ich habe hier hinten den Hubbel am Steißbein. Ich bin schief, habe große und eine kleine Brust. Das ist alles im Eimer. Tut mir wirklich leid. Das hier müsste jetzt so ein bisschen höher sein. Das geht aber nicht, Bernd. Das ist alles im Eimer. Zieh doch das ganze Ding an. Na, haben Sie es auch schon getan in diesem Sommer? Bevorzugen Sie die herkömmliche Methode oder probieren Sie gern etwas Neues? Wir probieren es einfach mal. Ich wusste das. Ich glaube, wir müssen gleich die Feuerwehr rufen. Feuer, es brennt! Ich habe die Schürze um. Ich drehe die Würste rum. Ich bin der Bernd und stehe am Grill. Volker, lauf... Lauf auf, Bruder! Warte mal, da habe ich mich angespuckt. Das geht auch gut. Das war doch richtig. Laut... Vogtland Regional Fernsehen. Und zwar die Frage, interessieren Sie sich für die... Das heißt, ich meine, ich bin ja selbst hier Ski gefahren. In den letzten Jahren, in diesem Jahr gar nicht. Weil manchmal keine Zeit. Heute vor Weihnachten... Was war denn das? Was hältst du so weit davon, ausgehend von dem, was du jetzt weißt? Das wird jetzt nichts mehr. Wollen Sie irgendwann mal den Bund fürs Ehen... Ja. Sind Sie in festen Händen? Nein. Was wünschen Sie, was würden, was würde Sie denn, äh... Ja, was brauche ich Sie jetzt eigentlich? Ja, wir sehen im Hintergrund eine, glaube ich, 700 Jahre alte Manne. Ich weiß nicht, in dem konnte ich wissen. Das war mir normal. Das sei leid und fällig, jö. 80 Jahre im Ganzen. Ungreiflich. Ich konnte jetzt nicht. Ich habe Herbströchen. Wie heißt das jetzt richtig? Herbströchen. Das sei leid und fällig, jö. Ungreiflich.